Ja, dann auch noch Hallo von uns. Schön, dass Sie noch da sind. Wir sind die letzte Gruppe. Und wir haben eben die Jugend-Hacked-App erstellt an diesem Wochenende. Wir haben uns gedacht, wie es schon erwähnt wurde, kleinere Probleme. Zum Beispiel, wenn Sachen verloren gehen. Wir haben ja das Thema, die Umwelt retten oder mit Code die Umwelt verbessern. Das heißt, wir wollen Fundsachen zum Beispiel, die hier rumliegen, einfach in dieser App tracken. Und dann können andere Leute, denen die gehören, sich melden und diese abholen. Zudem werden kurzzeitige Änderungen, wie jetzt beispielsweise bei uns die Trinkflaschen, die wir selber mitbringen sollten, weil wir einen Wasserspender oben haben, uns per Push-Benachrichtigung dann ausgegeben werden. Also würden wir uns wünschen, da nicht jeder jeden Tag sein E-Mail-Postfach kontrolliert. Eine kleine Packliste, damit man halt nochmal schauen kann, ob man wirklich alles dabei hat, was man bräuchte. Ein WLAN-Passwort, wie jetzt hier im Beta-Haus, was Sie benötigen. Und wie viele koffeinhaltige Getränke darf ich mit den Marken noch trinken. All das erreichen wir dadurch, dass wir verschiedene APIs parsen, die wir hier zur Verfügung haben. Und zum Beispiel ist unser Zulip, unser Tool, wo wir hier in dem ganzen Raum, das ganze Jugend-Hack-Team, halt uns miteinander verschreiben konnten. Wir parsen, wir können wichtige Ankündigungen und Nachrichten oder Ähnliches rauslesen. Ja, kommen wir jetzt zu den Technologien. Wir haben einmal ein Backend und ein Frontend. Und ich gehe jetzt mal erstmal auf das Backend ein. Wir haben ein Node.js Backend verwendet. Und also dafür, um die ganzen Daten zu speichern, keine Demo, um die Daten zu speichern und eben zum Beispiel diese Badges-Sammlungen zu machen oder generell auch allein die ganzen APIs zu parsen. Dann haben wir Scrubbler verwendet. Das ist so ein Tool, damit wir ein bisschen organisieren konnten. Und da konnten wir auch alle gut kommunizieren und eben ein bisschen Strukturen in das Ganze bringen. Dann haben wir MariaDB verwendet, um die Daten eben in der Datenbank zu speichern, die an die Datenbank gesendet werden über das Backend. Und das Ganze haben wir in einer Progressive-Wrap-App integriert. Das heißt, es ist quasi wie eine Rap-Seite, nur dass man sie auf einem Handy installieren kann, aber trotzdem auch noch auf dem Desktop aufhoben kann. Das heißt, es ist quasi eine gute Kombination, dass man in einem quasi sowohl Handys als auch Computer abgedeckt hat und dass man dann einfach auch offline sogar die ganzen Sachen lesen kann. Dann haben wir noch verschiedene APIs verwendet, um eben die ganzen Daten zu bekommen. Unter anderem zum Beispiel die Jugend-Hack-Trap-Seite oder auch Twitter-API, Hackdash und eben auch GitHub und Zulip. Jetzt kommen wir zum Frontend. Und das Frontend erkläre ich mal. Wir haben WooJays verwendet, damit wir alles irgendwie auf einer Seite behalten können und nicht permanent neue Seiten laden müssen. Dazu haben wir dann den WooRouter und den WooHttp-Loader, damit wir auch richtig schöne Components haben können und das alles schön organisieren können. Wir haben dann noch HTML, CSS und JavaScript, ganz typische Web-Techniken, ganz viele Jugend-Hack-Assets, welche wir zum Großteil angefragt haben und vielleicht ein paar noch nachfragen müssen. Und Feather-Icons. Aber das ist alles recht langweilig, denn lieber würde man sowas eigentlich sehen. Und deshalb kommen wir jetzt zur hoffentlich funktionierenden Demo. Ja, also hier sieht man schon einen Android-Screen, das heißt, es funktioniert auf einem Handy. Da sieht man schon unsere App, wie eine normale App auf dem Homescreen, obwohl es eigentlich eine Webseite ist. Jetzt können wir die mal öffnen. Wird man schon mit einer schönen Start-Screen begrüßt, weil die App braucht natürlich ein bisschen zum Laden. Hier sieht man dann schon alle Events mit Informationen zu den ganzen Events oder auch zur Anmeldeseite hier zum Beispiel für Berlin, kann man sich jetzt gerade noch offiziell anmelden, obwohl es jetzt eigentlich gerade noch das Event ist. Aber jetzt bei den ganzen anderen Events kann man sich jetzt auch noch anmelden, direkt hier in der App oder Informationen anzeigen, Bilder anzeigen und sowas. Und unten sieht man dann diese Leiste, können wir jetzt schon mal in das Nächste gehen. Hier sieht man alle Projekte der letzten Events. Da können wir zum Beispiel mal schauen, für Hamburg genau, welche Projekte denn da jetzt schon ihre Daten veröffentlicht haben. Da sieht man jetzt die Texte, Jugend-Hack-App, da haben wir jetzt auch eine schöne Beschreibung. Das ist eben diese Hack-Dash-Verknüpfung. Ja, diese Hack-Dash-Verknüpfung und alle Leute, die eben ihr Projekt da gepublischt haben, werden dann auch hier angezeigt. Dann können wir jetzt im nächsten Menüpunkt, das ist die Packing-List, da können die Administratoren theoretisch einstellen, was man eben packen soll. Zum Beispiel jetzt ganz viel Spaß. Das wird dann da gegebenenfalls angezeigt. Dann kommen wir zur Lost-and-Found-Liste. Wenn eben ein Admin oder ein Organisator sich denkt, okay, wir haben hier was gefunden, dann können die das da reinschreiben und dann kann man das sehen, okay, auch sogar mit Bild sieht man hier jetzt, da kann man ein Bild auswählen und dann kann man da eben sehen, welche Bilder es da gibt und kann dann gegebenenfalls sagen, ja, das ist meins. Das Ganze wird dann mit einem Account verknüpft, das heißt, dass man sich dann auch mit dem Account einloggen kann und dann mit dem Account dann für das Jugend-Hacked-Event anmelden kann oder eben auch diese Found-Sachen bekommen kann. Und da kann man sich dann jetzt eben einloggen und auch registrieren. Mehr gibt es da jetzt eigentlich nicht. Ja, und unsere Projekte sind auch auf GitHub und Hackdash, da könnt ihr es anschauen und gegebenenfalls eine Demo-Test für nächstes Mal. Gut, Dankeschön. Applaus Gut, Dankeschön. Gut, Dankeschön. Gut, Dankeschön. Gut, Dankeschön. Gut, Dankeschön. Vielen Dank.